Sag mal, Joe, ähm, könntest du uns allen Waffen besorgen? Nein, Peter, die sind zu gefährlich. Du kannst hier nicht einfach eine Waffe besorgen. Du musst ausgebildet sein, um mit ihr umzugehen, eine Hintergrundüberprüfung durchführen lassen. Haben sie. Oh, wo hast du die so schnell herbekommen? Das war ganz leicht. So leicht wie auf den Pern...